Hallo ihr Lieben, ja, wir basteln heute ein Goodie Bank, wir brauchen 5 Umschläge, und ja, das sind jetzt einfach kurz Wacken, so, wir brauchen jetzt auch hier, einen habe ich schon zugemacht, und ich mache jetzt den nächsten mit euch zu, wenn ihr hier drum was mit schneiden hört, ich versuche gerade mein Stativ ein bisschen einzustellen, so dass ich auch ein bisschen was sehe, was ich gerade filme, aber bis jetzt scheint es ja gut zu gehen. Okay. 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 Mmh. And loin experience. So, it's quite a bit. Mmh, 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 mmh. Mmh, 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 e Wenn ihr neben mir was wollt, das bin nur ich, denn du... Wir schneiden jetzt die Umschläge auf bei 5 cm. Dann sehen die so aus. Einen Moment. Ich bin gerade unterbrochen worden. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und jetzt auf. Okay. 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 Und wenn das hier zur Seite liegen jetzt diese Umschläge zur Hand nehmen die unterste ist Klebeband hier ich tue mal ein ganz kleines Stückchen zu weh ich tue mal ein ganz kleines Stückchen zu weh ich tue mal ein ganz kleines Stückchen zu weh ich tue mal ein ganz kleines Stückchen ich tue mal ein ganz kleines Stückchen zu weh mal hätte mir die andere Seite jetzt auch bekleben müssen das habe ich jetzt vergessen das hole ich gleich nach ja das hole ich gleich nach das hole ich jetzt gerade nach wie ihr seht und jetzt knack ich das an nehmen wir mal das hole ich dann das hole ich hier beinahe hängen zieh die das hole ab ich ziehe das das au Das war es wichtig. und klebe dieses so fest. Jetzt nehme ich wieder doppelt einiges Klebeband. Ich lebe die Schriftfeuer ab und lebe die Knüppel drauf. Jetzt machen wir oben. Und zwar da wo ich ein kleines Bändchen habe. Ich muss es mir gerade erlogen kommen. Nehmen wir hier oben. Auch der doppelseitigsten Klebeband. Seel es ab. Und dieses blauen. Das ist ein kleines Bändchen. Jetzt nehme ich mein breites Band. Ich lege das hier oben. Und dann meine. Ich lege das hier oben. Ich lege das hier oben. Matt. Andere Stickers. Der hat sich noch gefunden. Und fertig ist es. Ja. Ich hoffe das wird euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Oh. So,